Willkommen beim DSC Arminia, willkommen in der Schyko Arena, herzlich willkommen an diesem Freitagabend zur Pressekonferenz mit beiden Cheftrainern. Alexander Zorniger, herzlich willkommen, Uwe Koschinath. Wir sind ein bisschen spät dran, deswegen legen wir direkt los und sind bei Ihnen, Herr Zorniger, mit Ihrem Statement zu diesem Spiel bitte. Guten Abend zunächst. Ich glaube ich, die wirklich eine ganz spezielle Atmosphäre hier verbreitet haben und auch danach nochmal gezeigt haben, in welche Richtung es geht. Jetzt in die letzten drei Spiele haben wir ein hochintensives Spiel gesehen. Man kann immer über Passqualität dann nochmal oder vielleicht dann nochmal ein 1 gegen 1 gewinnen, aber ich glaube, was im jetzigen Zeitpunkt, was man auf jeden Fall erwarten kann, ist, dass beide Teams alles auf den Platz legen und das war bei uns der Fall, bei beiden Teams, aber ich spreche jetzt von meinem Team. Wir waren eigentlich ganz gut im Spiel, haben uns dann durch das 0-1, wo wir schon davor eine, zwei Gegenpressingsituationen einfach schlecht gespielt haben und dann hat Lassmin natürlich wieder 36 Kilometer irgendwas, dann hat er eigentlich die Geschwindigkeit, das wollte man eigentlich auf jeden Fall verhindern, haben dann trotzdem eine Reaktion gezeigt, haben den Elfmeterkrieg dann auch reingemacht und haben dann vor allem in der zweiten Halbzeit eigentlich auch die Lücke gefunden, die wir bespielen wollten, weil natürlich auch die Arminia dann ein höheres Risiko gehen musste. Wir waren dann nicht wirklich durchschlagskräftig genug ganz nach vorne, sonst hätten wir da vielleicht für noch mehr Ärger sorgen können. Die Räume waren da und auch mit der Passqualität war ich zu dem Zeitpunkt total einverstanden, auch mit der Leistung heute der Mannschaft. Es war eigentlich eminent wichtig, dass wir hier den Abstand auf die Arminia halten. Drei Spieltage vor Schluss jetzt sieben Punkte, sieben? Acht? Was ist gerade? Sieben. Das ist extrem wertvoll. Morgen müssen alle Mannschaften nochmal nachlegen. Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele und da traue ich uns alles zu, egal gegen was für einen Gegner. Deswegen fahren wir jetzt den langen Weg zurück ins Fränkische mit einem guten Gefühl, weil die Mannschaft alles rauskauen hat, bis zum Schluss sich gegen was gewehrt hat und das ist das, was extrem wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt. Arminia und Uwe, alles Gute jetzt für den Abstiegskampf noch vor, für die letzten drei Spiele. Es bleibt eng bis zum Schluss. Morgen muss schon wieder hinschauen, Sonntag hinschauen und wir sind eigentlich froh, dass wir uns im Moment mit sieben Punkten aus der Geschichte ein bisschen rausgezogen haben und jetzt warten wir, was das Wochenende bringt und dann werden wir nächste Woche gegen Braunschweig mit der gleichen Energie auf den Platz gehen. Herr Zorninger, vielen Dank. Uwe, wie hast du das Spiel gesehen? Dein Fazit, bitte. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich glaube, wir müssen das unter verschiedenen Aspekten sehen. Ich glaube, wir können uns einig darüber sein, dass heute eine Arminia auf dem Platz gestanden hat, die von der ersten bis zur aller letzten Minute bis zum Abpfiff wirklich alles rausgehauen hat. Wir haben sehr, sehr, sehr schwere Phasen, sowohl in der ersten als auch vor allen Dingen nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit gehabt, wo wir so der Passintelligenz, auch der Fähigkeit der Führter, das Spiel so aus dem Nichts heraus zu beschleunigen, schon so ein Stück weit hinterherlaufen mussten. Das war sehr, sehr anstrengend für die Mannschaft, sehr, sehr schwer, weil wir auf der einen Seite natürlich wissen, dass wir auf dem Tor spielen müssen und auf der anderen Seite nicht in Rückstand geraten dürfen in so einem Spiel. Deswegen müssen wir da dringend daran arbeiten, tatsächlich auch die Balance auf dem Feld noch besser hinzubekommen, Abstände noch etwas zu verkürzen, auch als Gruppe noch besser zu verteidigen. Auf der anderen Seite habe ich eine hervorragende Anfangsphase von uns gesehen. Die war sehr, sehr spielstark, die war sehr, sehr beschwingend. Wir haben direkt gute Konstellationen im Strafraum gefunden, sind dann aus meiner Sicht auch mit einem Spielzug, den man so eben hervorragend mit Brian Lasme spielen kann, in Führung gegangen. Und das hat natürlich auch das Stadion mitgenommen und emotionalisiert. Da war ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass wir hier ein gutes und tatsächlich auch auf dem 2-0 spielendes Heimspiel sehen können. Die Elfmetersituation war natürlich für uns insofern sehr, sehr unglücklich, als dass Fabian Klos dann ein drittes Mal raus musste, wir wieder in einer kurzfristigen Unterzahl gespielt haben. Und das hat dann Fürth ausgenutzt, durch diesen Schnellangriff. Ich glaube, es ist müßig, darüber zu streiten, ob ein Spieler, der zuerst ausrutscht und dann getroffen wird, dann tatsächlich elfmeterreif gefault wird. Aber Regeln zu verstehen, ist heutzutage sowieso nicht mehr so leicht. Deswegen müssen wir das hinnehmen, müssen auch hinnehmen, dass es regelkonform ist, dass der Elfmeter wiederholt wird. Insofern war das schon ein Rückschlag. Das hat man der Mannschaft auch angemerkt. In der zweiten Halbzeit haben aus meiner Sicht vor allem diese All-In-Wechsel nochmal einen wahnsinnigen Schwung gebracht. Ich glaube, die Mannschaft hat auch gespürt, dass wir von außen sehr, sehr viel Energie durch diese Wechsel aufs Feld bringen. Und da haben wir mit Sicherheit hinten heraus mehrfach die Möglichkeit gehabt, noch das 2 zu 1 zu schießen. Das war uns heute leider nicht vergönnt. Und deswegen ist es natürlich für uns erstmal ein ernüchternder Tag. Denn es war klar, dass wir heute mit einem Dreier diesen Spieltag eröffnen müssen und eröffnen wollten. Und ich denke, jeder hat gespürt, dass das der absolute Wille der Mannschaft war, dass wir am Ende aber wieder an so ein paar Kleinigkeiten gescheitert sind. Deswegen Kompliment an die Mannschaft in Bezug auf die Einstellung, in Bezug auf die Energie, immer wieder gegen Widerstände zu gehen, so ungerecht sie sich auch anfühlen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns nochmal steigern, müssen wir nochmal ein paar Dinge verbessern, um dann tatsächlich auch drei Punkte holen zu können. Dankeschön. Uwe hat ja gerade schon angesprochen, dass Fabian Kloß raus musste. Der Fuß ist bei ihm betroffen. Er wird eingehend untersucht. Wir können heute Abend noch nicht mehr dazu sagen. Wir werden das dann nach den Untersuchungen sicherlich machen. Bitten aber da zunächst einmal ein bisschen um Geduld. Das übernehmen die Ärzte. Das ist also heute Abend noch nicht möglich. Ich bin sicher, dazu wären Fragen gekommen. Erste Frage ist von Ulrich Klose von RTL. Uli, wir freuen uns, dass du nach längerer Zeit wieder bei uns bist. Herzlich willkommen. Herr Koschen hat ein Bild, was bei mir nicht so schnell verschwinden wird, was ich auch noch nicht so im Bundesliga-Fußball gesehen habe, dass der Kapitän an der Schulter des Trainers minutenlang verharrt und weint. Können Sie uns die Hintergründe dort mal sagen? Hat das was mit dem Elfmeter zu tun, wo er den Frühstart in den 16er gemacht hat? Oder mit seiner Verletzung oder mit der ganzen Situation? Aber da hat sich doch was entladen. Nein. Das hat etwas mit Arminia Bielefeld zu tun. Und das bleibt zwischen Trainer und Kapitän? Nein. Muss es überhaupt nicht. Dieser Spieler, der steht für mich jedenfalls wie kein Zweiter für diesen Klub. Der hat sich aus relativ niederklassigem Fußball sehr, sehr spät nach oben gekämpft. Und ich glaube, die Zahl der Menschen, die ihm gesagt haben, dein nächstes Ziel kannst du nicht erreichen, die kann der wahrscheinlich gar nicht zählen. Und trotzdem hat das mit Arminia Bielefeld zum Bundesligaspieler und zum Rekordspieler geschafft. Und für mich war zweifelsfrei klar, als ich hier angefangen habe, dass es für mich ein absoluter Schlüsselspieler ist, weil er eine unglaubliche Aura hat und weil er eine große Verantwortung für diesen Klub spürt. Und wenn ein solcher Spieler nach gut zwei Minuten erkennen muss, in einem so wichtigen Spiel kann ich heute nicht so helfen, wie ich helfen möchte. Also nochmal, ich habe nichts gegen Schiedsrichterentscheidungen, aber dem wird nach einer Minute einfach der Schuh kaputt getreten. Und er hat höllische Schmerzen gehabt, das wird noch nicht mal gecheckt. Und schleppt sich aber dann in die zweite Halbzeit, weil er mir einfach verboten hat, ihn in der Halbzeit auszuwechseln, weil er es einfach nochmal versuchen wollte. Und dass dann sich etwas entlädt, was vielleicht auch in der Beziehung zwischen uns beiden dann in der kurzen Zeit sich entwickelt hat, ich finde, das ist total normal. Der steht für die Arminia, der ist Rekordspieler hier und der will einfach nicht von draußen zusehen, wie seine Truppe gegen den Abstieg spielt. Das hat Sie auch sehr bewegt, das habe ich den Fernsehbildern entnommen. Ja, das kann einen ja nicht kalt lassen. Also nochmal, ich bin hier sechs, sieben Wochen, aber wenn Sie hier mal so einen Arminis-Tag am Montag sehen und ich habe die große Ehre gehabt, irgendwie so 300 Trikots zu unterschreiben und davon sind 250 bedruckt mit dem Namen Klos, dann weiß man ja, was dieser Spieler hier bedeutet. Dankeschön. Dirk Schuster, Westfalenblatt, drüben auch in der ersten Reihe. Herr Kuschner, Sie haben in G. Ramos einen wichtigen Spieler schon verloren, der wahrscheinlich in dieser Saison möglicherweise nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Besteht jetzt die Gefahr, dass Fabian Klos das Gleiche droht? Ja, das hat Alex ja eigentlich gerade angeführt. Das wäre absolute Spekulation. Ich habe den Fuß gesehen, das sieht nicht gut aus. Auf der anderen Seite kann man ja auch Glück haben und es ist vielleicht nur ein starker Prellungsschmerz. Und im Verlauf der Woche sind dann möglicherweise wieder Trainingseinheiten und dann auch ein Spiel am Wochenende möglich. Vielleicht ist das so das ganz, ganz kleine Glück, dass wir freitags gestartet sind und irgendwie noch so ein paar Tage gewinnen und nicht in so eine ganz, ganz kurze Woche reinlaufen. Aber es wäre jetzt wirklich reine Spekulation. Fabian hat riesige Schmerzen, aber möglicherweise haben wir da einfach auch Glück. In der ersten Reihe sitzt Jan Ahlert, Ahlert für die Neuwestfälische. Ja, Herr Koschin, Herr Wiener ist jetzt in eine mögliche Situation gekommen, in der kein weiterer Ausrutscher mehr möglich sein wird, um das Ziel Klassenerhalt noch zu erreichen. Inwieweit ist das bei Ihnen, bei der Mannschaft schon angekommen? Wie machen Sie das der Mannschaft jetzt klar, dass die Drucksituation noch mal größer wird? Heute hat sie eine gute Leistung auch schon unter bestehendem Druck abgeliefert, aber das wird ja jetzt noch mal heftiger in den nächsten Wochen. Ja, also die Mannschaft ist sich der Situation im Klaren, seitdem ich kam. Also hier ist Kinner pfeifend durch Spielefeld gelaufen und hat die Situation nicht verstanden. Und jetzt natürlich noch mal in einem höheren Maße. Ich glaube, jetzt ist es erst mal sehr, sehr wichtig, die Emotionen der Spieler, auch ihre persönliche Gefühlslage einfach als Trainer zu verstehen und dann die richtigen Kniffe zu finden für das nächste Spiel und die nächste Aufgabe. So, und das ist alternativlos, müssen wir es angehen. Wir haben jetzt keine Chance, irgendwie eine Arithmetik aus den drei Spielen abzuleiten, sondern wir müssen jetzt einfach Spiele gewinnen und darauf werde ich die Mannschaft vorbereiten. Aber dass so der Eindruck möglicherweise aufkommt, dass die Mannschaft in der Vergangenheit ihre Lage noch nicht verstanden hätte und das erst jetzt nach diesem 1-1 heute der Fall ist, glaube ich, das ist Blödsinn. Haben Sie weitere Fragen an die beiden Trainer? Keine Wortmeldung mehr, Herr Zorniger. Ganz herzlichen Dank. Uwe, dir vielen Dank. Danke Ihnen für das Interesse an dieser Pressekonferenz. Unseren Gästen aus Fürth. Alles Gute für die verbleibenden Spiele. Ihnen ein angenehmes Wochenende. Kommen Sie heute gut und sicher nach Hause. Vielen Dank. Vielen Dank.